In diesem Tutorial werden wir uns die Lösbarkeit linearer Gleichungssysteme anschauen. Hier werde ich nur LGS mit drei Zeilen und drei Unbekannten behandeln. Wenn ihr weitere zusammenhängende Themen dazu sucht, findet ihr sie wie üblich im Abspann. Damit ihr mir problemlos in diesem Tutorial folgen könnt, setze ich voraus, dass ihr grundlegend das Chaos-Verfahren kennt und ihr in der Lage seid, ein LGS in die Stufenform zu bringen. Bevor wir uns das Ganze anhand von verschiedenen Beispielaufgaben anschauen, werden wir zuerst gemeinsam verschiedene Situationen durchgehen, die beim Anwenden des Chaos-Verfahrens entstehen können. Gehen wir jetzt davon aus, wir haben auf ein linearer Gleichsystem das Chaos-Verfahren angewandt und am Ende sieht die Stufenform wie folgt aus. Also, wir erkennen links unten unser Nuller. Das bedeutet, Ziel des Chaos-Verfahrens war theoretisch, alle Terme hier unter der Hauptdiagonale Null zu bekommen. Das haben wir auch hinbekommen. Und am Ende sieht die letzte Zeile wie folgt aus. Das bedeutet für uns, wir könnten jetzt problemlos nach X3 umformen. Also, wenn wir hier durch Minus 2 teilen, dann hätten wir als Lösung für X3 natürlich Null. Und für die Lösbarkeit dieses linearen Gleichsystems bedeutet das, das LGS ist eindeutig lösbar. Man könnte dann einfach rückwärts einsetzen und auch die anderen Lösungen herausfinden. Das werden wir dann bald anhand der Beispielaufgaben sehen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass die letzte Zeile wie rechts abgebildet aussieht, also hier unten. In der letzten Zeile steht dann Null ist gleich Minus 7. Das ist natürlich ein mathematischer Widerspruch und für die Lösbarkeit würde das bedeuten, dass das LGS nicht lösbar ist, also dass gar keine Lösungen existieren. Alternativ kann es passieren, dass die letzte Zeile bei der Stufenform eine Nullzeile ist oder dass wir allgemein eine Nullzeile irgendwo zwischendurch haben, so wie hier. Das bedeutet natürlich, dass das LGS mehrdeutig lösbar ist oder indirekt unendlich viele Lösungen existieren. Und genauso sieht es auch aus in dem letzten Fall. Da können gegebenenfalls auch zwei Nullzeilen entstehen, also beide unteren Zeilen fliegen sozusagen raus. Wir haben zwei Nullzeilen. Und auch in diesem Fall ist das LGS mehrdeutig lösbar. Bei dem Fall links müsste man für die Lösungsmenge, also um die Lösungsmenge auszurechnen, einen Parameter einführen, also für x2 oder für x3. Und rechts müsste man sogar zwei Parameter einfügen. Wie das genau aussehen sollte, sehen wir gleich anhand von Beispielaufgaben. Wir werden uns jetzt natürlich Beispielaufgaben anschauen zu jeder dieser vier Situationen. Also hier ist unsere erste Beispielaufgabe. Natürlich ist unser erster Ziel, diese sogenannte Stufenform zu erreichen. Ich teuche das mal hier an. Alle Stellen hier unter der Hauptdiagonale müssen einfach Null gemacht werden. Dafür nutze ich jetzt ausschließlich das Additionsverfahren. Also ich werde nicht Zeilen voneinander abziehen, sondern nur addieren. Das bedeutet, unten in der zweiten Zeile habe ich eine 2. Dann bräuchte ich oben eine minus 2, damit die x1 beim Addieren verschwindet. Deshalb nehme ich die erste Zeile mal minus 2 und addiere sie mit der zweiten. Dabei muss man lästigerweise natürlich immer die erste Zeile unverändert lassen. Sonst hat man irgendwann mal viel zu hohe Zahlen, um damit noch rechnen zu können. Aber das ist, glaube ich, hier an dieser Stelle überschaubar. Also, minus 2x1 plus 2x1, da haben wir unser Null. Dann minus 2x2 minus x2 sind minus 3x2. Entsprechend minus 8x3 minus 1x3 sind minus 9x3. Und minus 2 mal 0 sind 0, plus 3 sind natürlich 3. Mit der gleichen Taktik will ich auch hier gleichzeitig eine Null hinbekommen. Am besten wieder mit der ersten Zeile, da bräuchte ich bei der ersten Zeile nur eine 3 vor dem x1. Deshalb nehme ich die erste Zeile einfach mal 3 und addiere sie mit der dritten diesmal. Also, wir haben wieder 3x1 minus 3x1 sind 0. Dann 3x2 plus 4x2 sind 7x2. Dann habe ich hier 12x3 minus 5 sind ebenfalls 7x3. Und am Ende noch 3x0 sind 0, also haben wir hier 0 minus 7 sind minus 7. Okay, wenn man jetzt gleich hier noch die letzte Null rauskriegen möchte, ist es ein bisschen unangenehm wegen den hohen Zahlen. Und, okay, das ist ein Trick, das hier ganz gut funktioniert. Man kann die letzten zwei Zeilen ein bisschen vereinfachen. Wir sehen ja, hier ist alles durch 3 teilbar in der zweiten Zeile und in der dritten Zeile ist alles durch 7 teilbar. Ja, diesen Vorteil nutzen wir jetzt. Das bedeutet, die erste Zeile schreibe ich wieder unverändert ab. x2 plus 4x3 sind dann 0. Und die zweite Zeile sieht dann deutlich besser aus. Wir haben dann minus x2 minus 3x3 ist gleich 1 und die letzte Zeile ist dann 0. Entsprechend plus x2 plus x3 sind dann minus 1. So, und in diesem letzten Schritt addieren wir einfach mal die letzten zwei Zeilen zusammen. Also, wir haben dann x1 plus x2 plus 4x3 sind 0. Die zweite Zeile bleibt natürlich so, wie sie ist. Also, minus x2 minus 3x3 ist 1. Und wenn ich die zweite und dritte zusammenzähle, dann habe ich hier eine 0. Dann habe ich minus 3x3 plus 1x3 sind minus 2x3. Und hinten zufälligerweise 1 minus 1 ist ebenfalls 0. Also, wir erkennen, wir können jetzt nach x3 umformen. Deshalb nehme ich die letzte Zeile und teile sie durch minus 2. Entsprechend habe ich dann meine erste Lösung schon x3 ist 0. Jetzt können wir diese Lösung rückwärts einsetzen. Erstmal in die zweite Zeile. Also, ich ziehe mal einfach hier kurz einen Strich. So viel Platz brauche ich nicht mehr. Dann habe ich minus x2 minus 3 mal 0 sind dann entsprechend 1. Das ist ja 0. Also, minus x2 ist gleich 1. Wenn ich das Ganze mal minus 1 nehme, dann habe ich x2 ist gleich minus 1. Und das ist die zweite Lösung. Und die dritte Lösung finden wir raus, indem wir einfach in die erste Zeile einsetzen. Also, wir haben dann x1 plus statt x2 kann ich dann ausschreiben minus 1. x3 ist 0. Also, plus 4 mal 0. Ja, man kann sich das auch sparen. Ich habe es jetzt ausführlich hingeschrieben. Und das Ganze soll 0 sein. Also, das hier ist alles 0. Die minus 1 können wir rüberbringen mit plus 1. Und damit haben wir x1 ist gleich 1. Und das war unsere letzte Lösung. Und damit können wir natürlich auch die Lösungsmenge angeben. Wir fangen mit x1 ein. Dann gefolgt von x2 und x3. So sieht es aus, wenn das LGS eindeutig lösbar ist. Mit der gleichen Taktik werden wir auch bei unserem zweiten Beispiel vorgehen. Also, ich benutze wieder dieses Additionsverfahren. Und wir wollen wieder an dieser Stelle unser Nuller haben. So wie vorher. Ich nehme die erste Zeile mal minus 2 und addiere sie mit der zweiten. Dabei schreibe ich nur kurz die erste ab. x1 plus x2 plus 4 x3 sind gleich 0. Dann die erste und die zweite zusammengezählt. Minus 2 plus 2 ist 0. Ich habe jetzt bei der Zeile die gleichen Zahlen wie vorher genommen. Deshalb haben wir hier 0. Wir haben hier minus 3 x2. Und hier hinten minus 9 x3 sind gleich 3. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch hier eine 0 hinbekommen. Dafür addiere ich einfach die erste und die dritte Zeile. Also, von der ersten zu den dritten. Und dann haben wir 0. Dann 1 minus 1 ist wieder 0. Plus 4 x3 minus 4 x3 ist wieder 0. Und 0 minus 7 sind natürlich minus 7. Und hier erkennt ihr schon diesen Widerspruch. Das bedeutet, dieser LGS hatte gar keine Lösung. Man kann das Ganze auch so angeben, indem man zwei leere Klammer hinschreibt. Bis jetzt haben wir einmal diesen Standardfall gesehen, wo das LGS eindeutig lösbar war. Und da noch ein Beispiel, wo es gar keine Lösung gab. Ich würde mal behaupten, die interessanteren Fälle kommen erst jetzt. Also, wir versuchen auch hier, wie gehabt, unsere Stufenform hinzubekommen. Ich deute mal wieder hin. Hier an dieser Stelle wollen wir 0 haben. Deswegen mit der Additionsverfahren erstmal die erste und die zweite zusammenzählen. Die passen wunderbar. Da fliegt schon was raus. Da müssen wir uns gar nicht den Kopf großartig zerbrechen. Also, die erste Zeile übernehme ich unverändert. x2, minus 3, x3 sind gleich 7. Dann lege ich los mit dem Addieren. Minus 5, plus 5 fliegt raus, ist 0. 1, x2, minus 3, x3 sind minus 2, x2. Dann minus 3, x3, minus 1, x3 sind minus 4, x3. Und 7, minus 11 sind ebenfalls minus 4. Im gleichen Schritt wollen wir natürlich noch hier in der dritten Zeile eine 0 haben. Dafür multipliziere ich die dritte mit 5 und addiere sie mit der ersten. Das ist eine Möglichkeit, wie das man schnell hinkriegen könnte. Minus 5, plus 5, x1 ist natürlich 0. Dann haben wir oben x2 und unten eine 0. Das ist natürlich x2. Dann habe ich hier minus 3, x3 und 5, x3 sind natürlich plus 2, x3. Und am Ende noch 7, minus 5 sind 2. Gut, jetzt möchten wir hier an dieser Stelle noch eine 0. Dafür nehme ich jetzt die dritte mal 2 und addiere sie mit der zweiten Zeile. Die erste Zeile darf jetzt an dieser Stelle nicht mehr benutzt werden. Also schreibe ich jetzt unverändert die ersten zwei Zeilen ab. x2 minus 3, x3 ist gleich 7. Dann die zweite Zeile ist minus 2, x2. Minus 4, x3 sind minus 4. Und wenn ich jetzt die zweite und dritte zusammenzähle, nachdem ich mit 2 durchmultipliziere, habe ich hier 0. Dann minus 4, plus 4, 0. Und minus 4, plus 4, ebenfalls 0. Also wir sehen, wir haben eine 0-Zeile. An dieser Stelle geht die Rechnung nur weiter, wenn wir für einer dieser x einen Parameter einfügen. Wir nehmen jetzt einfach für x3, es ist mathematisch absolut egal, für welche x man den Parameter nimmt. Dieser Stelle entscheide ich mich für x3. Dann sage ich, x3 ist gleich t und t Element von R. So kann man einen Parameter definieren. Und ab hier zählt das als bekannte Lösung. Und wir nutzen sie, um passende Werte für x1 und x2 zu bestimmen. Also, ich setze jetzt in die zweite Zeile hier für x3 t ein. Und dann habe ich entsprechend minus 2, x2, minus 4t, sind gleich minus 4. Und jetzt formen wir nach x2 um. Also, ich bringe diese minus 4t mit plus 4t rüber. Dann habe ich minus 2, x2, sind dann entsprechend minus 4, plus 4t. Dann teile ich das Ganze durch minus 2. Und dann haben wir wieder die Lösung für x2. Das wäre dann entsprechend minus 4 geteilt durch minus 2, sind 2. Und hinten habe ich dann minus 2t. Das ist unsere zweite Lösung. Jetzt brauchen wir noch x1. Dann können wir natürlich in einer dieser Anfangszeilen einsetzen. Man könnte auch in die erste Zeile einsetzen. Aber guckt euch die erste Zeile an und guckt euch die dritte an. Also, wir entscheiden uns selbstverständlich für die dritte. Dann sagen wir x1. Dann kommt plus x3. x3 ist für uns t. Ist gleich minus 1. Dann bringe ich nur dieses t rüber mit minus t. Und damit habe ich schon meine letzte Lösung. Und die lautet dann, x1 ist minus 1, minus t. Also, wir haben jetzt für x1, x2 und x3 Lösungen in Abhängigkeit von diesem Parameter t. Und das alles kann man auch natürlich in eine Lösungsmenge hinschreiben. Also, zuerst x1, minus 1, minus t. Dann x2 war 2, minus 2t. Und x3 war t. Und t ist Element von r. So könnte man das sauer angeben. Ich glaube, ich muss auch nicht sagen, was im letzten Beispiel passieren wird. Wir schauen uns das nur kurz anhand eines Beispiels an. Also, wir wollen mal wieder diese Stufenform haben an dieser Stelle. Dafür nehme ich jetzt die zweite Zeile mal 2 und addiere sie mit dem ersten. Entsprechend werde ich dann hier vorne minus 2 plus 2 haben. Dabei schreibe ich noch kurz die erste ab. Plus x2, minus 4x3 sind gleich minus 8. Und dann, minus 2 plus 2 sind natürlich 0. Dann habe ich oben 1x2, unten habe ich minus 1x2, sind auch 0. Dann, minus 4 plus 4x3, 0. Und minus 8 plus 8 sind natürlich ebenfalls 0. Mit einer ähnlichen Taktik addiere ich noch jetzt die zweite und die dritte Zeile zusammen. Da passt schon, ich habe hier plus x1 und hier minus x1. Also, heben sie sich auch gegenseitig auf. Dann haben wir entsprechend wieder 0. Dann minus 0,5 plus 0,5, 0. Plus 2, minus 2, 0. Und 4, minus 4 sind ebenfalls 0. Also, wir haben diesen Fall mit zwei 0-Zeilen. Wir haben gesagt, in diesem Fall müssen wir sogar zwei Parameter einführen. Ich könnte zum Beispiel für x2 und x3 was wählen. Also, selbst definieren könnte man sagen, x2 ist gleich t. Und x3 ist gleich s. Natürlich mit t und s Elemente von r. Elemente von r. Und dann setzen wir sie oben der ersten Zeile ein und formen nach x1 zu. Also, wir haben dann minus 2x1 plus t minus 4s sind gleich minus 8. Dann bringe ich t und s rüber. Einmal minus t und einmal plus 4s. Entsprechend haben wir dann minus 2x1 sind dann minus 8 minus t plus 4s. Und am Ende noch alles geteilt durch minus 2. Damit kriegen wir jetzt auch eine Lösung für x1 raus. Und die lautet 4, dann plus 0,5 oder 1,5 t und minus 2s. Natürlich könnte man jetzt die Lösungsmenge auch einigermaßen sauber hinschreiben. Hier unten, wir fangen selbstverständlich wieder mit x1 an. Also, 4 plus 0,5 t minus 2s. Dann kommt x2, das ist natürlich t und x3 ist s. Mit t und s Elemente von r. Das wäre unser letzter Fall gewesen. Zum Schluss, wie gewonnen, noch ein paar Hinweise. Ihr habt bereits gemerkt, ohne das Gauss-Verfahren zu kennen, kommt man hier nicht voran bei solchen Aufgaben. Dann, was noch interessant wäre, sind lineare Gleichsysteme mit Parameter. Das Wörter von vornherein hat man einen Parameter in diesem linearen Gleichsystem. Man muss abhängig davon die Lösungsmenge bestimmen. Natürlich werden LGS benutzt, um verschiedene Anwendungsfälle in Analysis- und Vektorgeometrie zu lösen. Vielleicht eine der wichtigsten wären dann das Aufstellen von Funktionsgleichungen bei ganznationalen Funktionen oder die gegenseitige Lage von Ebenen in der Vektorgeometrie. Wenn bedarf, Tutorials zu allen dieser Themen findet ihr jetzt gleich im Abspann. Das war jetzt mal Fuß. Dann, schade die Även zuistyieren. Das war jetzt. Dann, was выходит, was wir prepoh cual user find, wenn Lex someone is in this section. Wichtlicherweise nicht wird, schade die Även zu helfen. Ich habe jetzt tracy Schleidunger, das ist eine посurdeckung. Und dann paye ich an deinenakan intersection zu halten. Vielen Dank.